hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felderland so jetzt der wiesel was wir bei der gemeinde machen ja wir haben momentan bisschen stress wegen dem neuen gemeinderatsgebäude wegen dem neuen gemeindehaus was sollen das eigentlich kosten habe ich da reingeguckt irgendwie das gefühl es interessiert sich kaum einer für die gemeinde ja ich schon ich vertritt ja die gemeinde das bein kann man sich auch vertreten richtig das problem ist ich habe die unterlagen vom bau nicht gekriegt wer hat die gekriegt oder neumig warum kommt er die nicht rum weiß ich nicht weil ich halt letzte woche gar nicht da war ja aber das steht ja nicht erst seit einer woche fest also vor zwei wochen bin ich ja schon beim alten gebäude vorbeigefahren und das muss abgerissen da war das noch im abriss da war das noch in planung wo das jetzt hinkommt und jetzt steht das halt fest sorry ich freue mich nur gerade was beim stefan im kopf abgegangen ist warum ja ich habe das vom neumann erfahren müssen dass er sein feld oben verkauft hat für seine wehberei ja das hat er aber gesagt gehabt hat er letzte woche gemeinde was er genau jetzt ich glaube er wollte sich hier unten dann auch noch eins holen wobei ich auch nicht weiß was dann mit dem mit dem stoff machen will ich glaube den wollte verkaufen ja aber den stoff kann ich auch sehr gut gebrauchen wenn ich jetzt wirklich die wehberei krieg weil weil vaterstadt sagt ja der diesel unter neumann sie kriegen wahrscheinlich was von uns finanziert ja das keine provision für was unsere gute dienste habe ich dann halt er hat mich dann noch einmal angefragt ja was willst du dann haben ich habe rumstöbern überlegen ist halt stoppt wird doch die schreine den schreiner haben habe ich eben gesagt wenn die blaubeeren schon zu weihnachten in dicke produktion kriegen bein ist der schreiner ist nicht so teuer habe ich schon beim neumann mich erkundigt ja was heißt die produktion die glaube wir haben noch die metallproduktion gekriegt wie geschenkt ja zu zu weihnachten immer noch weihnachtsgeschenk was habe ich denn gekriegt du hast doch den vertrag gekriegt ich habe 100 schweine gekriegt und der stefan hatte in kärcher plus ein paar schafe gekriegt er hat nicht so viel auf seinen wunschzettel geschrieben ja ja ok 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 und was kriegt der neumann dann oder will der sich subventionieren lassen das habe ich nicht gefragt er sagte irgendwas von wegen maschine oder irgendeine produktion oder was weiß ich ok das heißt es wird dann von steuergeldern finanziert das will ich jetzt nicht direkt sagen nur von wo denn sonst vom vaterstaat also vom steuerzahler weil der vaterstaat verdient ja nur geld durch die steuern ja schon richtig ok ich sage es mal so ich hätte auch irgendwas mit 13.000 euro an steuern zurückgekriegt aber habe ich lieber gesagt weißt du was neumann halt es ein für deine für meinen kredit hm wenn du das gleich wieder dafür einsetzt passt ja schon ja weil ich sage es mal so ich stehe jetzt auch bei knapp einer halben Melle was ich noch zurückzahlen muss ok also geht eigentlich so gesehen gut voran im kredit zurückzahlen ja warte mal mich muss man gerade telefonieren ja ich muss auch weiter ne ja alles klar bis dann mal ciao ja ciao ciao alter ich glaube ich werde nicht mehr ich werde nicht mehr die lassen sich einfach von steuern geldern irgendwas bekaufen das ist das ist das ist bestechung oder oder für meine guten dienste was hat denn die gemeinde geleistet hier zwei gemeindegebäude hingestellt für jeweils keine ahnung zwei drei vier fünf millionen klingelingeling ähm gern blau bär hi oh folger also langsam platz mit der kragen ne warum hab ich gerade mit dem diesel geschwätzt meint der äh auch joa die der vaterstaat will ihn für seine guten arbeiten bei der gemeinde entlohnen für welche guten haarbeuten das habe ich mich auch gefragt und der neumann auch die sollen anscheinend beide irgendwie eine fabrik oder so subventioniert bekommen joa läuft ja aber hallo für was denn für zwei neue gemeindehäuser die sie da bauen ja was ist denn mit uns armen bauern ja eben da platz mir bald der kragen ja ich glaube da müssen wir mal ein gespräch für mit dem gemeinderat ich würde fast sagen also muss fast eine amtsenthebung her mindestens mal eine versammlung ja wann hast du zeit nicht dass du weißt wenn wir uns zeit lassen dann sind die geschäfte schon alle unterschrieben ähm ich bin gerade unterwegs muss gleich noch die schafsmilch abholen und das gras einsammeln und jetzt heute abend nix mehr ne äh schwer bist du denn irgendwo in der nähe von deinem hof genau bei meinem hof bin ich jetzt gleich äh ich fahr gleich hoch zum müller hol die schafsmilch dann zum molkerei ich kann dich dann ja mal anrufen dann können wir mal gucken wo du gerade bist ähm ich kenne dir auch wo soll denn das gras hin das gras geht bei mir ins silo ja dann fahr ich doch gerade mal rüber und sammle schon ein bisschen ein wenn du magst gerne ich habe einen ladewagen hier du hast auch einen oder ich habe auch einen den bringe ich gerade zum neumann äh ne ich habe auch keinen ladewagen den hat der grüger wieder abgeholt so viel gras liegt ja nicht auf dem feld aber dann machen wir das so ich rufe dich gleich an wenn ich vom müller zurück bin ja und dann komme ich bei dir vorbei weil dann bin ich ja eh fast bei dir wenn ich an der molkerei bin nee ich fahr zu dir jetzt wieder und lade schon mal das gras ein treffen wir uns bei dir du musst ja sowieso zu dir ja und dann sind wir auch schnell mal zum neumann rüber gefahren alles klar gut bis denn ciao klingelingeling ja herr verona guten tag jo äh ich habe gerade noch ein paar nachrichten gekriegt die mich etwas beunruhigen bezüglich Gemeinderat ja bitte erzählen sie die wollen anscheinend oder sollen anscheinend also beide Gemeinderatsvorsitzenden sollen anscheinend eine Fabrik oder sowas subventioniert bekommen für ihre gute Arbeit für die Gemeinde oooook weil eine andere Frage wäre ich denn überhaupt Bürgermeister ja das gibt es ja nicht nicht mehr nicht mehr ne das war ganz früher also doch damals vor Ewigkeiten war das also ich würde sagen wir bräuchten mal wieder einen Bürgermeister auch ja entweder wird der Gemeinderat abgesetzt es war bisher so geregelt dass es eine ungerade Anzahl ist dass es auch demokratisch sein könnte aber ähm da sich ja der Herr oh Gott Lukas Müller hieß er glaube ich dass der sich ja verkrümelt hat ähm es ist jetzt ja nur noch eine gerade Anzahl an Gemeinderat also ich wäre eigentlich im Grunde auch dafür dass man einfach wieder ein Ding macht einen Bürgermeister ja Gemeinderat gut und reicht aber es passt auch dem Bürgermeister her weil ohne Bürgermeister geht es mal gar nicht ja also ich wäre auch da hätte ich da nichts dagegen sonst wären ja die ganzen Steuern und so weiter auch umzulässig und die ganzen Gerichtsverhandlungen was momentan war mhm na geil das läuft sowieso zu viel schief bitte gar nicht aber ich habe mit dem Herrn Blaube ausgemacht dass wir uns heute Abend vielleicht nochmal zusammensetzen ja das können wir auch gerne machen da wäre ich gerne auch dabei ja also ähm ich werde jetzt für ihn ein bisschen Gras einsammeln und dann wenn er später auf dem Weg wieder zu seinem Hof ist dann würden wir uns treffen hm ähm Volker was kann anderes noch mir fällt gerade ein ich habe in meinen Unterlagen gesehen sie haben ja bei mir einen Ladewagen ausgeliehen gehabt das war der Herr Müller Stefan also ne er hat ihn glaube ich in meinem Auftrag ausgeliehen das kann sein genau wissen sie die Betriebsstunden noch ne also ich würde auf 0,8 Stimmen kommen ja mach wir einfach was kostet dann ähm brauchen sie da eine Rechnung oder machen wir das so machen wir das so machen wir das so Moment zeige ich ihnen gleich also wenn die Gemeinde hier Geschäfte macht können wir das auch 1260 würde ich da bekommen 1260 würde ich da bekommen 12 passt ja passt die brauchen wir ja auch nicht versteuern oder wir haben ja keine Rechnung also äh überweise ich dir gleich wie viel waren es 12 12 bei danke schön danke schön also ich würde mich dann später nochmal melden wenn da ein Zeitpunkt fest steht ja ok machen wir es so gut bis den ähm ihren Hexter habe ich schon verladen ich würde dann runter kommen wenn es ihnen jetzt schon passen würde ok wir können sie abladen und dann zum blaubeerhof kommen wenn sie die Zeit haben ja ich komme direkt zum blaubeerhof und fahre von dort aus dann weiter zu ihnen um die Wartung zu machen machen wir es so ja danke schön danke auch tschau ja wo steht denn jetzt hier der Ladewagen ja wo steht denn jetzt hier der Ladewagen hat er denn schon am Feld stehen an ihr habe also es eben haben ja es Was ist denn der Ladewagen? Der hat gesagt, der hat einen Ladewagen, oder nicht? Der hat einen Ladewagen, oder nicht? Der hat einen Ladewagen. Ich bin blind. Mit was? Ach da, da kommt einer. Der hat einen Ladewagen, oder nicht? Der hat einen Ladewagen, oder nicht? Aber weißt du was, jetzt schnacken wir erstmal eine Runde. Können wir auch machen. Der Krüger kommt vielleicht auch noch vorbei, wenn er es zeitlich schafft. Okay. Mir passt das irgendwie gar nicht mehr. Da läuft einfach zu viel nebenbei. Also der Diesel hat gemeint, er kriegt vielleicht die Schreinerei subventioniert. Und der Neumann wird sich irgendwie ein Gerät aussuchen können oder eine Fabrik. Okay. Ich meine okay, damals als wir die ganzen Fabriken gekauft haben, bin ich ja ganz ehrlich, haben wir natürlich auch eine Subventionierung bekommen. Aber wir haben natürlich auch dementsprechend Fabriken gekauft und Felder und alles. Aber nicht zum Nulltarif. Äh, ne. Das wäre schön gewesen. So habe ich das jetzt verstanden, weil der Diesel hat eigentlich Nullkohle übrig. Der hat noch 500.000 Kredit offen. Hat er zu mir gesagt. Ja, okay. Und ich habe letzte Woche gefragt, ob ich noch einen Kredit aufnehmen kann und dann hieß es Null. Okay. Und jetzt hätte ich eigentlich Einkommenssteuer zurückgekriegt. So hat der Neumann gemeint, ja die Behälter mal ein, weil ich müsste ja noch eine Strafe zahlen. Aha. Äh, hallo Finanzamt kann doch keine Strafe einbehalten oder kein Geld einbehalten, was für eine gesetzliche Strafe sein soll. Ne, und gefändet werden kann es noch nicht, weil es ist ja noch keine Strafe festgesetzt. Ne, ich habe noch kein Papier gekriegt. Deshalb, also ich weiß gar nicht, was da läuft. Und dann hat er Neumann gemeint, ja ich bin halt auch im Gemeinderat. Ach so. Der kennt irgendwie seine Geschäfte nicht drin. Ich muss den Neumann auch mal anquatschen wegen unserer Rückerstattung der Einkommenssteuer. Mhm. Naja. Nee, der Krüger hat mich gefragt, ob wir nicht einen Bürgermeister bräuchten, weil sonst alle Geschäfte rechtswidrig wären. Ja, aber hast du Zeit, noch einen Bürgermeister von hier zu machen? Das ist die Frage. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es vielleicht momentan nicht. Mhm. Aber mir ist auch schwierig. Ich weiß nicht, der Diesel vielleicht. Aber ob der kompetent ist, weiß ich auch nicht. Müsste mal den Herrn Krüger fragen. Den habe ich auch schon gefragt, weil ich dachte, der hätte auch viel Erfahrung. Er ist ja schon ein bisschen älter. Ja, genau. Der hätte ein bisschen mehr Lebenserfahrung und so. Mhm. Ich meine, wenn der nachher noch auftaucht, kann man ihn noch mal fragen. Ja, das wäre cool, wenn er da auftaucht. Ja. Er wollte mir einen Häcksler runterstellen für morgen früh. Ja. Ja. Und hat gemeint, er kommt hier vorbei und fährt dann nach, nach dem Schnacken fährt er runter und stellt ihn mir auf den Hof. Okay. Weil er dann auch noch einen Hof-Service macht gleich. Das ist der Service von dem. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Volker, Kaffee? Ja, gern. Ja, ich gehe mal einen holen. Ja, ich komme mit. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne... Da ist er doch schon. Oh, guck mal. Perfekt. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.